Meine Leute, hier ist der Arbeit. Ich ruf meine Mutter an. Ich mach mal eine Ausgleiche und sie tun, was meine Mutter sagt. Scheiße. Scheiße. Ja. Ja. Ich mach mal T-Fund verarschen an Mohamed. T-Fund verarschen. Du rufst an und dann sagt ihr, hallo, hier ist die Polizei. Irgendwie sowas. Vielleicht ruf wir das einen verarschen machen. Mama. Mach ja aufrechter. Hallo? Anna, wo bist du? Sie sind in der Nähe. 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 Sie sind daa. Ja, sie sind in der Nähe. Sie sind in der Nähe. Ja, sie sind in der Nähe. Ach so, helft! Ich erlte dich. Ich erlte dich, Sie sind in der Nähe. Et ich erlte dich. Du bist in der Trampoli. Nein, wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Ja, das ist die Trampoli. Ich bin mit dem Trampoli. Ja, wir haben eigentlich die Dessen. Ja, dann tschüss. Okay, das war meine Mutter. Wo ist er noch? Mama ist bei Pa. Oben, wo Feuer sie fallen hat. Da. Ein Trampouill, aber neben dem Trampouill noch eins. Verstehst du? Verstehst du was meine? Trampouill? Ja. Und wo ist einer Trampouill? Ich weiß schon wo. Okay, wenn das Video euch das fällt, nimm einfach Daumen nach oben oder treib unten in die Kommentare. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und das, okay, das war kein Telefon für Arsch. Aber egal, das berufen meine Mutter an. Ich hab da noch ein Teil, ich hab das Christenteig. Oder wie soll das Video heißen? Genau. Vielen Dank.